Bitcoin hält aktuell nicht mehr unseren Support von 61.000 Dollar und die Frage, die jetzt alle Leute stellen, fangen wir jetzt hier an mit einer größeren Korrektur und werden wir eventuell nochmal das Level von 48.000 Dollar wiedersehen und vor allem noch viel wichtiger, haben wir überhaupt noch die Chance ein neues All-Time-High zu sehen, weil wir haben ja über unseren Widerstand hier geschlossen, haben es an sich eigentlich zum Support gemacht, haben aber dann nicht den Retest bekommen und wie gesagt, jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir eine Korrektur sehen. Was jetzt ganz genau passiert, werde ich euch ganz genau in diesem Video erklären, also wenn es euch gefällt, drückt auf jeden Fall hier den Daumen nach oben, falls ihr neu seid, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir mal direkt hier mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Crypto Deutschland, in diesem Video werden wir uns Bitcoin und Ethereum anschauen, hier ist es aktuell sehr interessant, denn wir formen hier ein sehr spannendes Pattern auf den kleineren Timeframes. Nochmal sorry an der Stelle, falls die Tonqualität nicht optimal ist, ich nehme das wieder mit meinem MacBook auf, da ich aktuell weiterhin auf Reisen bin und erst in einer Woche circa wieder in Dubai zurück bin und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal in den Stundenchart, ich denke nicht, dass die Qualität allzu schlecht ist, denn hier formt sich ein wunderbares Pattern, was wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. Und zwar erstmal ganz wichtig, wir haben hier das All-Time-High gesehen, sind dann durch unsere Box nach oben hin durchgebrochen, haben die auch versucht hier als Support zu bestätigen, haben aber nicht das High-High geschafft und somit keinen bestätigten Support daraus gemacht und sind dann extrem tief hier runter gedroppt, aktuell halten wir aber trotzdem weiter hier die 60.000 Dollar Marke. So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was jetzt sich hier für ein Pattern formen könnte, dann fällt uns direkt auf, okay, dieses Pattern kennen wir doch vielleicht und zwar formt sich hier an dieser Stelle aktuell ein Falling Wedge. Dieses Falling Wedge ist auch nach oben hin ausgebrochen, allerdings sind wir danach nochmal gedroppt und jetzt könnte es sein, dass wir hier einen Double Bottom formen. Das heißt, solange wir jetzt hier nicht unter dasselbe von 59.500 Dollar kommen, bin ich weiterhin bullisch für Bitcoin, denn dann haben wir hier immer noch unseren Support hier auf der roten Linie. Warum haben wir da einen Support? Aufgrund von diesen Supportpunkten, die wir hier hatten und natürlich haben wir diesen Support hier ausgiebig getestet. Der Support liegt ganz genau, haargenau bei 60.000 Dollar und solange wir diesen Support halten, was auch hier unseren Double Bottom bestätigen würde, dann sieht es auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr bullisch aus. Denn hier waren wir natürlich auch nur mit Wicks drunter, was dann natürlich kein bestätigter Breakdown ist. Außerdem haben wir insgesamt ein bullisches Pattern und das heißt, wir haben immer noch die Chance, hier weiterhin nach oben hin auszubrechen und dann auch weiterhin neue All-Time-Highs sehen zu können. Hier sind wir ja extrem krass hier hochgegangen, haben dann hier quasi alle Shorts rausgesqueezed und danach natürlich wurden hier auch wieder ein paar Short-Positionen eröffnet und wir haben jetzt hier eine Korrektur nach unten hin gesehen. Wir werden uns auch gleich noch Ethereum anschauen. Wenn wir uns das Ganze hier am 4-Stunden-Chart anschauen, dann müssen wir jetzt hier auf jeden Fall aufpassen, dass die Kerzen weiterhin drüber schließen, weil dann hätten wir hier ein Double Bottom und ein Double Bottom ist ein bullisches Pattern und würde hier für einen Pump nach oben hin sprechen natürlich in den nächsten Tagen. Wenn wir uns auch nochmal die Ribbon anschauen, dann sehen wir, haben wir die jetzt allerdings auf dem 4-Stunden-Chart nach unten hin bestätigt, durchbrochen. Wir hatten jetzt hier die Ribbon immer weiterhin als Support, sind die Ribbon hochgelaufen, haben die jetzt durchbrochen und auch als Widerstand getestet und jetzt besteht da natürlich auch die Möglichkeit, dass es erst mal weiter runter geht. Ob es weiter runter geht, wird jetzt hier an diesem Support entschieden. Wenn wir diesen Support brechen, dann wird es sehr wahrscheinlich erstmal eine stärkere Korrektur nach unten hin gehen. Also sind wir hier gerade auf jeden Fall auf einem sehr, sehr wichtigen Level. Was natürlich auch passieren kann, dass wir nochmal runter gehen, hier die EML Ribbon Test bei 58.000 Dollar und von hier aus den nächsten Bounds nach oben hin kriegen, denn auf dem Tageschart sind wir noch weit oberhalb von der EML Ribbon und das heißt auf dem Daily-Timeframe sind wir weiterhin bullisch und der Daily-Timeframe ist natürlich deutlich, deutlich wichtiger als irgendwie der 1-Stunden-Timeframe oder der 4-Stunden-Timeframe. Da ist der Daily-Chart natürlich der Timeframe mit der höchsten Aussagekraft und ich denke, sobald wir hier nochmal testen oder versuchen hier durchzukommen, dass wir dann das Ganze auch halten und erstmal keine Preise mehr unter dem Level von 65.000 Dollar sehen. Falls nicht, falls wir jetzt hier wirklich krass rejected werden, dann ist die wahrscheinlichste Option tatsächlich, dass wir hier nochmal runter gehen auf das Level von 42.000 Dollar. Warum glaube ich, dass das dann die wahrscheinlichste Option ist? Und zwar ganz einfach, auch das letzte Mal wurden wir hier perfekt rejected, haben es nochmal versucht, beim zweiten Versuch haben wir es nicht geschafft, beim dritten Versuch sind wir nicht mehr ganz hoch gekommen und sind dann hier erstmal auf dieses andere Level gekommen und wir bewegen uns sozusagen zwischen diesen Channels aus diesen gelben Boxen immer hin und her. Sobald wir einen Channel nach unten hinbrechen, geht es zum anderen, sobald wir einen nach oben hinbrechen, geht es zum anderen. Und so funktioniert hier aktuell das ganze Spiel, deshalb wäre ich jetzt hier in diesem Rahmen sehr vorsichtig. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall darauf hoffen, dass der Bitcoin weiterhin bullisch läuft. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Außerdem nähern sich auch hier langsam mal die EMAs wieder an. Das heißt, es wäre nicht verkehrt, wenn wir hier die 20er EMA testen und uns hier einen Bounce holen und nach diesem Bounce auch wieder nach oben hin weiterhin ausbrechen, denn wir haben ja bisher bei Bitcoin hier nur vier, sage ich mal, bearish Candles, beziehungsweise eigentlich drei bearish, also rote Candles gesehen. Das ist ja erstmal noch gar nicht so schlimm. Und jetzt können wir uns auch mal Ethereum anschauen, denn hier gibt es, sage ich mal, auch spannende Neuigkeiten. Und zwar mache ich hier mal das Shibonacci Level an dieser Stelle einmal ganz kurz weg. Und hier fällt uns natürlich direkt auf bei unserer All-Time-High-Resistance, die ganz genau hier ist. Die haben wir mit einer Week getestet, wurden hier direkt abverkauft und halten jetzt hier aktuell erstmal den Support von dieser gelben Linie. Dieser Support ist entstanden, weil wir hier ein vorheriges Hoch hatten, sind dann hier durchgebrochen und testen das Ganze hier als Support wieder. Das heißt, bei Ethereum verhalten wir uns aktuell seitwärts in einem Channel, der zwischen ca. 3950 Dollar liegt und zwischen 4300 Dollar hier in diesem Rahmen. Und das bedeutet für uns, wenn wir hier diese untere Linie brechen, also wenn wir unter ein Level von 3950 Dollar kommen, dann müssen wir mit einer stärkeren Korrektur nach unten rechnen. Vor allem, weil dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir hier ein Head & Shoulders bilden und dann weiter nach unten ausbrechen. Falls wir aber hier nochmal Richtung neues All-Time-High gehen, dann können wir natürlich damit rechnen, dass wir erst unser erstes Preis von 4600 Dollar erreichen. Und wenn wir das erreichen und hier das Ganze als Support bestätigen, dann rechne ich damit, dass wir in Kürze, also wirklich in Kürze, die 5000 Dollar Marke bei Ethereum sehen. Auch wenn wir uns hier die EMA Ribbon auf Daily Basis anschauen, hier sind wir klar bullisch. Wir liegen oberhalb von der EMA Ribbon. Wenn wir uns die Ribbon auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, dann ist es anders als bei Bitcoin. Hier halten wir auf dem 4-Stunden-Chart aktuell noch die EMA Ribbon und können perfekt hier bei diesem Support eigentlich mit einem Bounce nach oben rechnen. Vor allem, weil sich dann hier ein W-Pattern formen würde. Das heißt, bei Ethereum sieht es auf jeden Fall bullisch aus. Bitcoin ist aktuell in einer etwas kritischen Phase. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Ich würde aktuell mich hier eher auf Ethereum fokussieren, da wir hier auch einen Falling Wedge hatten. Dieses Falling Wedge ist auch nach oben hin ausgebrochen. Wir haben hier auch quasi nicht wirklich das Preis hier getroffen. Und jetzt haben wir natürlich nochmal die Chance, hier einen Reversal zu kriegen und weiterhin nach oben hin auszubrechen. Es wäre auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir hier sehr, sehr hohen Verkaufsdruck kriegen. War eigentlich klar. Ihr seht, wie tief die WIC ging. Die ging hier bis 3.800 Dollar. Wir sind hier in einer 4-Stunden-Kerze extrem tief gefallen, weil am All-Time-High natürlich hier oben perfekt extrem viele Leute Limit-Sells beziehungsweise Limit-Shorts platziert haben. Das bedeutet, die haben da Orders hingesetzt, dass die direkt, sobald der Preis hier oben drankommt, hier alle Short gehen. Und das hat hier auch wunderbar funktioniert. In extrem kurzer Zeit sind hier extrem viele Leute liquidiert worden. Und deshalb ist dann auch Ethereum hier natürlich so stark runterrejected, bis hier auf die 4-Hourly-Ribbon ganz unten. So, das war es doch erstmal soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Würde mich mega krass unterstützen. Abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dann. Und ciao.